Liebe Freunde, hier ist euer Faddy. Willkommen zurück zu Crusader Kings 3 und zum Kaiserreich von Schweden. Und ja, diese ewig dauernden Bürgerkriege gehen weiter, ihr Lieben. Es geht weiter, es geht weiter. Wir müssen hier uns um den Sieg bemühen. Irgendjemand hatte hier unsere Hauptstadt belagert. Irgendwie schon interessant. Holmgar belagert hier unten. Wir sammeln hier vorerst nochmal unsere Kräfte, bevor es weitergeht. Und ja, dann schauen wir auch gleich weiter. Ich werde mal mit dieser Armee hier mal so im Hinterland... Oh, was ist das denn für eine Armee? Wer ist das hier? Das Angreifen gegen Herzog Holmgar. Aber meinetwegen soll er das mal machen. Wir sammeln nochmal weiterhin... Ja, unsere Nahrungsvorräte sind hier ziemlich runtergegangen in der letzten Zeit. Heimkehr unseres Kindes. Ah, wir haben Zwillinge bekommen. Ja, mögen sie stark und weise sein. Ob die jetzt von uns sind, weiß ich jetzt auch nicht. Er ist in Sigtuna angekommen, um uns zu huldigen. Ja, dann... Führen wir ihn mal rein. Lobenswerte Anstrengung. Hofpracht ist auf Stufe 8, Leute. Wird denn unsere Hofpracht mittlerweile als hoch angesehen? Weiß ich gar nicht. Naja, werden wir sehen. Na, wir lassen mal weiterlaufen. Und hier gefällt mir das nicht. Fraktion gegen uns geschaffen? Was ist das denn für eine Fraktion? Was wollen die? Ich werde hier mal, ähm... Das Jeland... Wird mal bei ihm mal nach irgendwie Dreck suchen. Wir wollen da ja nicht, dass da... Irgendwie Sachen passieren. Fraktion, wen könnte ich denn hier noch... Irgendwie beeinflussen? Hier Herzog von Nordmark. Ja. Gefährliche Fraktion, welche? Ah, hier. Boah, Mats schon wieder? Hm. Der sitzt ja hier, ne? Der hasst uns eh wie die Pest. Der hasst uns eh wie die Pest. Alter, Leute. Ich glaub, wir sind in so'n Loop drin. Ich hab den Eindruck, dass wir hier nicht mehr rauskommen, ne? Das ist echt übel. Ähm... Ja, keine Ahnung. Ich bin echt, äh... So'n bisschen... Perplex gerade hier. Wie... Wie soll das denn enden? Also, was haben wir denn hier einfach mal entspannten? Wisst ihr, was ich meine? So, wir ziehen jetzt mal weiter. Da geht die Reise nach Tingvala. Und ich werde die Truppen auch so drumherum stationieren, ne? So, so hier ein bisschen, da ein bisschen. Die können ja dann so hier hin. Wandern wir mal dahin. Hier sind noch so 3000er Truppen. Und das lassen wir erst mal. Natürlich wird er da sein. Unser Sohnemann soll da mal ein bisschen mitspielen. Ähm... Echt erstaunlich hier, ne? Alle... Ich weiß nicht. Wie soll das denn enden? Wie soll das denn enden, Leute? Feinde treten aus Krieg aus? Wer hat dieses Reich hier geerbt? Habe ich das geerbt? What? Ach, was? Äh, okay. Das muss ich mir mal angucken. Ja, das sind meine Ländereien geworden. Ähm... Jo, an wen vergeben wir das denn? Wer hat denn hier ein Anrecht drauf? Fallengelassener Anspruch. Die haben alle schon irgendwie was? Tomo, Malmfritz, Sön? Habe ich jemanden im Hause? Mein Hof? Bangt ist in Ordnung. Gäste werde ich da jetzt nicht beschenken. An wen gebe ich das? An irgendjemanden, der halt den Titel vielleicht verdient? So. Wer da einen Anspruch drauf hat? Oder ähnliches? Ähm... Prinz Thorsten, das ist unser Sohn. Denen werde ich das jetzt nicht geben. Er hier wird es mal sein. Äh... Kann ich ihm das gar nicht geben? Aha. Okay, interessant. So, ähm... Ja, wer kriegt denn das? Wird dann halt unser ältester Champion. Dann ist es halt so. Ähm... Wer ist unser ältester Champion? Cecilia, Hofarzt, Champion, Artelis. Ampion. Bangt. Bangt wird es. Titel vergeben. Der wird aber weiterhin für uns kämpfen, natürlich. Hervorragend. So. Ähm... Ich hab hier halt echt keine Ahnung, ne? Kann ich den unter Druck setzen? Erpressen. Erpressen wir ihn mal. Der müsste da ja jetzt raus sein. Naja. Also kann ich hier denn nicht irgendwie... Heimische Angelegenheiten machen wir ja schon. Alter, dass ich den nicht einfach so absetzen kann, ne? 71, zwei Jahre noch. Ähm... Werden wir sehen. Echt komisch. Echt komisch. Also ich hab den Eindruck, als wenn wir hier nur noch, ähm... irgendwie von einem Bürgerkrieg in den nächsten gehen. Ich weiß nicht jetzt, äh, ob das jetzt so eine Mechanik davon ist, dass wir... Ja, dass hier halt diese... Erweiterung... mit Royal Courts dazugekommen ist. Ich kann's nicht sagen. Keine Ahnung. Werden wir sehen. So. Wir belagern hier mal mit... mit anderen Truppen. Und die hier setzen sich mal hier so zwischen so ab. Dahin. Zum Beispiel. Oder dahin. Und die können wir hier hin. Ablässe erbitten. annehmen. Gibt es denn Sachen, die ich machen kann, die... so irgendwie was machen? So. Einladung verschicken. Wir feiern mal. Hoffen mal, dass es was bringt. Adko ist gestorben. Mhm. Wie sieht's eigentlich hier mit den, äh, einblendenden Sachen aus? Die, die... gestorben sind, können raus. Er kämpft hier nicht gegen uns. Gut. Herzog Sörgfa ist gestorben. So. Okay. Verflugt sei das... Ich hab's jetzt nicht gelesen. Sorry. Alle meine Gäste gehen zufrieden nach Hause. Okay. Jeder Gast gewinnt 20 Meinungen von uns. Ob das hier jetzt helfen wird? Na, ich glaub nicht. Ich glaub, wir werden hier wieder einen großen Krieg führen müssen. Oh, Leute, es ist, äh, ich muss sagen, es ist anstrengend, um ehrlich zu sein. Ähm, also, wir haben hier ja seit... Belagerungsforschung gegen Aufstehen. Oh ja, das nehmen wir. Ähm, weil ich hab echt den Eindruck, als wenn wir nichts anderes machen können, ne? seit... seit jeher. Wieso 10 im Monat? Was ist hier los? Das verstehe ich wieder nicht, ne? Ist hier irgendwie was kaputt? So, muss mal los. Ah, wir sind auch feindlich im Gebiet, ne? Oh, Mann. Das ist doch Mist. Hier hin. Hier hin, bitte. Hier hin. Und die hier mal, bitte. Hier hin, nach Nerek. So, Belagerung geht weiter. Graf Utterlamp. Er hat im... Ja, er hat im dunklen... Ja, es wird jetzt zu einem neuen Krieg kommen. Ich seh's schon. Wir sind über der Domänen-Schwelle. Was ist hier los? Warum sind wir über der Domänen-Schwelle? Drei, vier, sechs, sieben, acht. Hab ich acht? Als König? Ich hab acht in der Tat. Ähm. Hm. Kann denn hier unsere Frau aushelfen? Domänen-Wertung. Bringt das was? Nicht wirklich. Dann werde ich natürlich... Äh... Wo hatte ich denn noch eine Domäne? Dokum. Gehört auf uns. Werde ich jetzt vergeben. Ähm. Champion von euch. Leib. Ja. Gut röd. Wer ist das? Ja, wir vergeben ihm das mal einfach. Ist diese Meldung auch weg? Wir haben jetzt... Äh. Oh, Mann. Äh. Graf wer und wie hieß da nochmal? Graf so und so an wen? An Volidien könnte man den geben, ja. Dann ist das auch wieder weg. Ist schon alles ein bisschen her, glaube ich. Hier kommt es, glaube ich, zu einer Schlacht. Wo wir ja gerne mal mitmischen können. Ähm. Mit denen belagere ich hier mal. Alter. Oh. Was für eine nervige Angelegenheit, ne? Ei, 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 ei. Das gefällt mir echt gar nicht gerade. Leere Ratsposten. Der Mats verlangt Herzogtum von Wespien. Möchte einen Sitz im Rat. Kulturakzeptanz. Tyrann. Aus dem Rat geworfen. Geht auch weg. 20, 60, 85. Ob das was bringt, ich weiß es nicht. Also, eigentlich will ich ihn da nicht haben. Wobei, er ist gut, ne? Und er ist ein König. Nehmen wir mal Mats dahin. So. Dann bin ich mal gespannt, ob Ihnen das glücklich stimmt. Es kommt da zur Schlacht. Autonome Vasallen. Was heißt das? Schnellengren. Uh oh. Ah 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 ah. Ah ah ah. Ah ah ah. Ah 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 ah, Agh, Es gibt keine niedrigere Lienzautorität. Okay. Alles klar. Alles klar, Leute. Es geht weiter. Äh, ja, neuer Krieg. Muss das hier mal so ein bisschen sortieren wieder. Der ist schon bei uns drin. Die müssen wir nicht lösen. Also die üblichen Verräter alle. So. Alles nur Verräter hier. Ah. So. Ja. Keine Ahnung, Leute. Wir sind in so einem Dauerkrieg. Ähm. Ja, kein Plan. Ich weiß nicht. Ist das Spiel durch? Ist es halt Zufall? Ich kann es euch nicht sagen. Und uns geht die Kohle weg gerade. Muss ich sagen. Hm. Spy Master 19. Hm. Nee. Rang. König Tudemont könnte man irgendwo nehmen. Ähm. Nein. Nein, nicht wirklich. Der ist in nichts gut. Wobei, er ist halt auch durchschnittlich. Ist der irgendwo durchschnittlich? Könnte als Ratsverwalter eingesetzt werden. In was ist er gut? Bei der Spitzelei? Hm. Ähm. Ähm. Ja, dann wird er jetzt Ratsverwalter. Meinetwegen. Alles gut. Gut. So. Ähm. Oh, echt. Leute, keine Ahnung. Irgendwie reicht es schon mittlerweile. Ein gefangen genommener Kombatant. Okay. Okay. Übersteuerung sorgt für Banditentum. Aha. Ablässe. Sehr wichtig. Wir brauchen das. Gefangenen genommener Kombatant Graf Bengt. Okay. Alter, das kann doch nicht wahr sein, Mann. Oh. Ist das anstrengend. Ist das anstrengend, Leute. So. Ähm. Stadt Gelbert. Von wem ist es besetzt? Okay. Ich tue die mal zusammen. Und die sollen mal mit rein. Dann kommt es hier mal zur Schlacht. Es fehlt schon. Was fehlt hier? Guardian Ken. Ah. Okay. Er ist so der Verwalter. Ich will mal ganz kurz gucken. Haben wir ausgezeichnet? Euphemia. Gast von Griefenuka. Können wir die einfach so nehmen? Ich will mal erst mal an meinem Hof gucken. Eure Hüftlinge. Hof. Cecilia. Ist eigentlich gut. Haben wir nie jemanden ausgezeichneten? Direkte Vasallen. Herzog Armbjörn könnte das machen. Ist denn irgendeiner Fraktion drin gegen uns? Ne. Ist ja nicht. Herzog Armbjörn. Mündel anbieten. Ah, wir sind paranoid. Also wir schicken ihn gar nicht außerhalb vom Hof. Hm. Das geht nicht. Mhm. Das macht er nicht. Also soll schon jemand am Hof sein, dann wird es halt unsere Cecilia. Wir schneiden die hier mal ab. Gibt es denn einen besseren Befehlshaber? Herzog, ja. Er kämpft ja gegen uns, ne? Ja. So. Lieben. Echt so ein Teufelskreis. Ich hab echt keine Ahnung, wohin das hinführen soll. Äh, keine Ahnung. Also, ich fühle seit tausend Jahren führen wir hier halt diese inneren Kriege, ne? Ich kann's ja euch nicht sagen. Naja. In der nächsten Folge geht's weiter. Danke euch fürs Zuschauen. Macht's bis dahin gut. Ciao, ciao. Euer Fari.